Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hier auf Königsblau TV. Der FC Schalke und der FC hat heute gegen den VfL Wolfsburg ein 2 zu 3 hingelegt, eine Niederlage. Und wie das Ganze passiert ist und ob Schalke gut gespielt hat oder schlecht, das besprechen wir hier in diesem Video. Und damit let's go! Also, die Startaufstellung, die findet ihr hier unten. Ralev Fährmann ist wieder von Anfang an gestartet, hatte im ganzen Spiel auch einen sehr guten Eindruck gemacht, hat eine sehr, sehr gute Fußabwehr auch geleistet. Also, da muss ich wirklich sagen, Ralev Fährmann, ein sehr starkes Spiel. Kommen wir zu Thomas Auwejan, er hat sehr, sehr viel Druck über die linke Seite gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist auch defensiv dieses Mal nicht mit großen Fehlern aufgefallen. Also, Auwejan wahrscheinlich ja sogar die erste Alternative für das Spiel gegen den HSV, da, ja, da Möken ja ausfällt. Ja, Möken wird schlicht und einfach bei dem Spiel nicht da sein aufgrund einer gelb-roten Karte. Deswegen, ja, Auwejan bin sehr positiv angetan heute von dem Spiel. Das war auf jeden Fall top, was er abgeliefert hat. Seguin auch mit sehr guten Ansätzen, sehr gute Pässe nach vorne gespielt, hat mir auch sehr gut gefallen. Terodde hat das zwischenzeitliche 1 zu 1 gemacht, aber das war ein richtig schönes Ding, richtig schöne Flanke von Tobi Mohr. Und, ja, Terodde 1a, den Ball angenommen, der Ball, der klebte an seinem Fuß, wirklich. Und dann durch die Beine des Keepers ins Tor der Wolfsburger, richtig starkes Ding. Dann auch Idrisi auch wieder Dampf nach vorne gemacht, richtig gut. Insgesamt hat mir das Spiel nach vorne sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Man muss immer in Relation setzen, dass Schalke natürlich gegen den Erstligisten, gegen Wolfsburg gespielt hat. Und deswegen, das passte schon. Was insgesamt nicht so gut passte, ist eben, dass wir doch hinten einiges zugelassen haben. Aber auch da nochmal der Hinweis, wir haben gegen den Erstligisten gespielt. Und, ja, hat sich auch im Ergebnis nachher wieder gespiegelt. Dann Karamann, boah, der hat zwischendurch wieder den Messi rausgeholt. Also, eine Situation ist mir da im Kopf geblieben, wirklich, wie er da nach vorne marschiert ist. Und, ja, einen nach dem anderen hat stehen lassen. Sehr, sehr stark, allerdings wenig effektiv, aber, ja, durchaus nennenswert an der Stelle. Kalas stabil hinten, hat mir auch gut gefallen. Dann Dominik Brunner, ja, immer mit sehr wenig, ja, Zug zum Tor, mit sehr, sehr wenig Offensivgeist, aber, ja, nach hinten durchaus, durchaus ansehnlich. Dann Tobi Mohr, schon erwähnt, mit der wunderbaren Vorlage auf Simon Terodde. Und, ja, Marcin Kaminski, auch mit gutem Eröffnungsspiel. Weil, auch, ich habe jetzt keine großen Stellungsfehler jetzt großartig erkennen können in dem Spiel. Oder keine großen Abwehrschnitzer. Ja, das 1 zu 0 ist beispielsweise gefallen durch, ja, einfach eine Flanke, die vorne ihren Abnehmer gefunden hat. Da kann man, glaube ich, keinem großartig den Vorwurf machen. Auch der Ball ist dann erst nochmal abgefälscht gewesen. Und dann, wie gesagt, ganz trocken reingelegt, das Ding. Da kannst du nicht viel machen. Und, ja, übrigens Kaminski hat das Tor geschossen. Allerdings nicht unserer war der Wolfsburger Kaminski. Übers 1 zu 1 habe ich euch gerade schon berichtet. In der 43. Minute war es dann so weit, dann hat der VfL Wolfsburg doch tatsächlich sich erdreistet, gegen meinen Lieblingsverein ein Tor zu schießen. Und Czerny hat das Ding unter die Latte gehauen. Das war, da war nichts zu machen. In der Halbzeit haben wir dann dreimal gewechselt. Hekerin ist dann für Fährmann reingekommen. Hekerin auch richtig stark nachher gehalten, muss ich ganz klar sagen. Hekerin auch mit einem Top-Job, mit einer richtig schönen Parade dann auch. Hat uns den Ball sauber, hat uns den Kasten sauber gehalten. In zwei Situationen sogar kann man nicht meckern. Kozuki ist noch reingekommen. Matriciani ist auch reingekommen. Auch da die beiden mit viel Offensivgeister. Sie direkt zu Anfang mit einer Offensivaktion aufgefallen. Das war dann top. Oh, ja, in der 63. Minute kam dann der Rundumschlag. Da sind alle anderen auch nochmal ausgewechselt worden. Van der Sloot sind dann reingekommen. Sorry, ich muss jetzt gerade ablesen, aber es sind zu viele. Van der Sloot ist dann reingekommen. Baumgartel, Möken, Schallenberg, Kaparos, Drexler, Becker und Kastelle. Niklas Horst, Kastelle an der Stelle sei es angemerkt. Sind dann reingekommen für Kalasch, Kaminski, Ovian, Seguin, Idrisi, Karamann, Mohr und Terodde. Ja, in der 80. Minute dann nochmal Wolfsburg, Pecinovic mit dem im Nachschuss dann getroffenen 3 zu 1. Und in der 90. Minute hat Baumgartel dann nochmal nach einem Freischuss von Möken gemacht. Und zwar abgezogen, trocken abgezogen. Ist dann noch abgefälscht worden, der Ball, aber dann ins lange Eck rein. Und ja, so ist das Spiel abgelaufen und ich bin zufrieden damit. Hey, was willst du jetzt erwarten gegen diesen Gegner? Ich bin top, auch wenn du dir anschaust, dass wir die letzte halbe Stunde ja mit unserer B11 so gesehen gespielt haben. Da passt das auf jeden Fall schon. Und da bin ich positiv, was die Zukunft angeht und was unser erstes Saisonspiel auch gegen den HSV angeht. Und jetzt wird Schalke allerdings doch erst noch ein Testspiel haben. Und zwar wieder zurück in Gelsenkirchen wird man am 13.01. dann gegen Kass Eupen antreten. Ja, gegen niederländische Mannschaft oder belgisch. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind dafür auch noch Tickets erhältlich. Ja, Schalke haut die Tickets gerade raus. Stehplätze für 4 Euro und Sitzplätze für 10 Euro. Da auf jeden Fall nochmal die wärmste Empfehlung, da doch einfach mal vorbeizuschauen und Schalke zu unterstützen. Denn Trikots kann man ja nach wie vor nicht kaufen. Liebe Grüße an den FC Schalke 04. Ich wünsche mir, dass sich das ändert. Damit sage ich herzlichen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen auf dem Kanal. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.